Herzlich Willkommen, dieses Spiel hat Epilepsie-Warnung und Gore, Willkommen in The Overdreamer. Zumindest stand das da, dass das Epilepsie-Warnung hat etc., ich schau jetzt mal rein. Das Spiel ist auf Englisch und in einer sehr seltsamen Sprache, also nicht Deutsch. Was man jetzt hier macht, kann ich echt überhaupt nicht sagen. Ich weiß nicht, bin ich jetzt schon im Spiel oder ist das jetzt hier ein Tutorial, weil hier unten noch irgendwie so ein Text steht? Oder ist das jetzt ein Video? Hm, Fragen über Fragen. Also mit den Pfeiltasten kann ich schon mal nichts. Ah, okay. Sieht das schon mal schön aus. Ich gehe dann runter scrollen. Oh Mann, also die hat schon mal Augenränder. Das ist schon mal gar nicht gut. Ähm, mal kurz unter Settings gibt es gar keine feine Musik hier. Okay. Mhm. Ich bin sehr schade, dass das jetzt nicht auf Deutsch ist. Ja. Bobbyman. Ah. Egal. E, okay, das kannst du so nehmen. Und den Schlüssel. Und den Schlüssel. Und den Schlüssel. Was haben wir denn hier? Ja, es ist sehr dunkel. Da gibt es dir recht. Ich frage mich, warum das so eine Ladessequenz hat. Jeden Raum, ob die jetzt wirklich dafür geeignet ist, also gemacht worden ist oder ob die dafür reingesetzt worden ist. Das ist schön mit dem Spiegel. Ah, okay, jetzt ziehen wir das Rohr mit. Kann man ja gebrauchen. Weil wenn ich das mit dem Game Maker mache, sowas hier, habe ich sowas nicht. Also, muss man sowas nicht machen. Die Ladessequenzen gehen jetzt zwar schnell, aber ein bisschen nervig. Mhm. Gut, dann fahren wir jetzt die Streicher-Chuffle. Kann ich dir jetzt... Achso, ich kann das ganze Ding mitnehmen. Okay. Kann ich das miteinander verpapeln? Ah, okay. Ah, jetzt geht hier noch weiter. Rätsel 1 geschafft. Der Borgi-Man. Ja, der war doch in diesem einen Film, ne? Ich glaube, es ist doch mal so ein Film von... Ach, ich ziehe einen an. So, um es sammeln? Was? Nee. Mhm. Okay, das Frau kann jetzt nicht nehmen. Das geht auch nicht auf. Okay. So reinziehen. Das geht auch nicht auf. Okay, jetzt wo reinziehen? Ja, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Waschen, 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 waschen. Waschi, waschi, waschi. Waschi, waschi. Waschi, waschi. Waschi, waschi. Waschi, waschi. Waschi, waschi. Also, ich glaube, ich muss nochmal in den Raum mit dem Fernseher. Ja, jetzt sollte man auch mal so ein Bild zu Hause aufhängen. Hm. Ich glaube, es ist so, wie man so agiert mit den Sachen. Muss man die irgendwie draufziehen? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, ich mag das ja. Wenn man in einem Spiel irgendwie nicht weiterkommt. Das ist halt schon ganz interessant, aber, äh, ich glaube, ich bin zu blond. Und? Hm. Ja, ähm, so bringt es jetzt erstmal nichts weiterzumachen. Ich sollte mir da auch mal Let's Play angucken. Und dann die Folge weiterdrehen. Gut, ja. Dann muss ich leider erstmal aufhören. Schreibt es mir doch in die Kommentare sonst, wie ihr meint, wie es hier weitergeht. Ja, ansonsten, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.